Heute ist es auch wieder ein schöner Tag. Ne? Fertig, Fuli? Wir würden gerne noch das für dich jetzt. Super! Ah, wo ist sie wieder? Oh, jetzt kommt sie hier wieder. So. Ja? Ja. Ich hab gesagt, dass ich jemanden hier höre. Ja, aber das machen wir also. Nein, ich muss jetzt arbeiten. Keine. Schön, schönes Kinder. Oh, was ist denn der Meiß denn? An dem ich da noch weiß? Woher steht er da? Woher steht er da? Oh, da kann ich sein. Ja, ich möchte einen Diebstahl melden. Okay, dann kommen wir mal. Wie wollen Sie? Klosterweide, Dorfstraße 15 und ich heiße Jakob Rusch. Okay, willkommen. Ja, tschüss. Hallo. Wissen Sie was immer den Überfall, wie die aussehen und so? Äh, nein, leider nicht. Okay. Okay, ähm, wissen Sie, wie ihr einmal noch aussagt? Ja, war ein gelber Eimer. Okay. Die wir sind, weiß nicht, wo sie geflüchtet sind, aber ich hab, ähm, hier halt, äh, Geräusche gehört aber. Ähm, wissen Sie circa, wo die Geräusche waren? Äh, ich hab sie mehr hier vorne, so bei den Steinen gehört. Okay. Ja, dann, wenn wir so umgucken. Ich frag mich, warum sie, äh, diebe Mais klauen. Ich auch nicht. Danke. Die können sich auch erstmal der Scheune mal umgucken. Ja. Dann gehen wir mal nach und hin. Okay? Ja. Dann gehen wir mal nach und hin. Dann gehen wir mal nach. 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 N Johann rimschimli, rumschieren. Soіс, sie sieht ausschen. Dann drehen wir die erst mal ins Gefängnis, dann tschüss, gleich wieder an die Schrauben. Immer bis bald, so die wir meist klauen.